Zur Sache, Ihr Namensschilder! Über 50% unserer Gerichtsverfahren lassen sich auf eine misslungene Kommunikation zwischen Arzt und Patient zurückführen. Deshalb werden Sie ab sofort alle, die das dringende Bedürfnis verspüren, ihr Plappermorl aufzureißen, in meinem täglichen Seminar über die Beziehung zwischen Arzt und Patient einfinden. Mein erster Gast wird Dr. Murphy sein, der neulich einem Patienten ins Gesicht gesagt hat, hör auf zu bluten, hör auf zu bluten, mein Gott, hör auf zu bluten! Es war eine Fontäne. Zur nächsten Katastrophe, Idioten!